Ah, hier haben wir endlich mal eine Kiesader. So, da bin ich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Und habe nach Kies gesucht und jetzt habe ich ein Stack und 48. Natürlich nicht so wahnsinnig viel ist, aber schon mal besser als nichts. Ich wollte gerade sagen, der Mensch freut sich. Und hier ist wieder eine Kiesader. Werden wir sofort in Angriff nehmen. Und hier ist wieder eine Kiesader. W, eine, diese, Wigkeit, was? Franky, sprichst du ja wieder deine eigene Sprache oder was? Ach, das war hier das Hühnergedrisse, was ich mal hatte. Ich habe hier die Hühner, äh, den Hühneraufstieg wiedergefunden. Aha. Na, Glückwunsch. Ja, ganz toll. War das schön damals. Ja. Ja. Nicht. Sehr aufregend. Ja, konsumierfreulat上. Ja. Ja kommen. bisschen wat gefunden ja ich auch und sogar eisen reisen nicht aber viel kohle aber die lasse ich jetzt erst mal stehen weil denke das war genug kohle erst mal haben war ja kohle haben wir erstmal ein bisschen so kies hat sie die schoffeln gefunden ja habe ich ach hier ist eine biene also was am stadion in den bergen wo ich hier wo ich kies schaufle zwischen den felsen dann ding ich kann die ganze kohle hier nicht liegen lassen jetzt mal langsam zum stadion zurückkehren ja ich habe hier noch ein bisschen kies und so da werden wir noch mit bahnlos ich brauche hier so schön kies ab auf einmal sehe ich unter mir doch da geht es noch tiefer rein aber hier ist auch ordentlich kies das ist gut so 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 So, jetzt geht's. Die Kiesblöcke sehen eher wie Kork aus, finde ich. Okay. Oh, hier ist noch mehr Kies, das ist gut. Wow, ist hier Kies. Na, dann nehmen wir doch mal die Schoffel in die Hand. Okay. 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 Da hieß noch mehr, kommt her. So, ich bin jetzt wieder am Stadion, ich mache jetzt erstmal roten Beton. Alles klar, ich bin hier echt mit, was ich kriegen kann. So. Mach das. Und da tut sich wieder Eisen auf. Ja, das ist nochmal. Aua. Ja. Das ist jetzt nicht okay. Machst du schon wieder. Ja. Das warte ich am besten kann, glaube ich. Da, wo du warte ich. Da, wo du warte ich sehe. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich bin jetzt dringend. Oh, schon gut. Und da, wo du warte ich bin. Ich bin jetzt schon mal vollkommen da. Und da mir jetzt alles aus. Also, ich bin jetzt etwas ganz wichtig. Und da, wo du warte ich habe. Und da ist es nicht zu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh jeez. Oh, ich schoße mir ein paar Feckelschen machen, wa? Na, mach. Oh, da ist jetzt ein bisschen Kohle bei draufgegangen. Na, die kriegen wir ja wieder. So, gucken wir mal, dass wir hier wieder mal nach Hause kommen, ne? Ja. Oder auch nicht. Hast du keinen Kompass mit? Doch, aber... Oh, ein Smaragd und das in einer Höhle. Aha. Die hab ich jetzt mal mit der Behutsamkeit abgebaut. Vielleicht kann man die ja auch verdoppeln. Glaube ich nicht, mit Glück. Kannst du versuchen. Und Versuch ist es wert. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. wie tief bin ich denn gerade auf 20 krass moment mal da muss ich mal was untersuchen wagenlos ich sehe da koppel kann mich aber nicht daran erinnern da tat tat man los dann schauen so schön die muss steine mitnehmen dann kann man selber herstellen ja ich habe aber auch sehr gerne ab also zwei eisen ein Ein Eimer, Fäden, Redstone und Brot. Naja. Nimm die Kiste mit, dann brauchen wir sie nicht bauen. Ein Zombie-Spawner ist das. Böse Zombies. Nein, die sind ja eigentlich noch süß. Naja, ich weiß nicht, im Dunkeln einem begegnen möchte ich nicht. Ne, das nicht, aber ich finde Skelette total kacke. Oder am besten noch Skelette, die auf Spinnen reiten. Oh, keine Spitzhacke mehr. Machst du aber auch immer. Arbeiten. Enten. Enten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. So. Also meine Versuche nach Hause zu kommen scheitern immer an meine Neugier. Also wieder was gefunden. Ja, ich hatte gerade so eine Lücke gesehen. Und da habe ich mir gedacht, da musst du jetzt noch mal gucken gehen. Und da war aber Gott sei Dank nur ein bisschen Eisen. Und dann die Schlucht wieder, wo wir schon mal waren. Wo ist eigentlich Yogi die alte Socke? Äh, Yogi die alte Socke hat familiär ein bisschen was. Deswegen ist auch morgen mit uns zusammen kein Stream. So. So. Mein Kies und rote Farbe sind verwurstet zu rotem Beton. Und jetzt gehe ich mal weiter bauen. Das wäre sogar die nächste Frage geworden. Ja, ne, also dieses Wochenende streamen wir nicht zusammen. Ich habe keine Schaufel mehr. Da muss ich den restlichen Kies jetzt so mit der Hand abbauen. So. 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 Ach, Mensch, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Kies mit der Hand abkloppen. Aber dafür liegt hier noch zu viel rum. Das kann ich nicht hier einfach so liegen lassen. Das kratzt immer so unter den Kindermägeln. Ja. Da ist auch noch mal Kies. So. Ach, hier ist wieder die Schlucht. Okay. Dann habe ich mir jetzt mein Zuhause hier zugedingst. Mein Gott, ist hier noch Kies. Das ist hier noch so. 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 Ja, nur dann. Irgendwie wär's noch ein Stück Holz jetzt mal geil. Die obere Kante hast du gar nicht. Nee, alles gut. Okay. 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 Jetzt würde ich hier gerne raus. Und dadurch, dass ich jetzt hier, dadurch, dass wir ja schon mal hier waren. Ich glaub sogar, dass ich mit Tapu mal hier drin war. So. Ah, da geht's mit die Freiheit. Ah, Tageslicht. Okay. 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 Okay.